Einen wunderschönen Montag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 2 YouTuberdorf Ja, in der letzten Folge sind die Sims hier eingezogen und ja Was macht denn der Daniel? Ja, ok. Er spielt Klavier. Wo ist Hanni? Hanni steht hier Was ist mit dir hier? Was ist mit dir hier? Was ist mit dir hier? Wenn ihr euch fragt, wieso ihr so stülisch, denn ich habe nämlich auch keine Ahnung. Das ist mir auch gerade aufgefallen, wo ich die Aufnahme gestartet habe. Wie spielt Hanni? Ja. Auch Milch mir essen. Wie geht denn der Zucker mit mir? Ach ja. Ach ja. Ja, ok. Ähm. Was macht denn der Daniel? Ach, der spielt gerade immer. Na, Fräulein. Man rülpst aber nicht beim Essen. Ist ja unhegierig. Kannst du hier mal aufhören, dann kannst du die auch mal eben. Und es wird schön hell. Auch Früchte und Müsli. Die Stühle muss ich dann halt gleich mal alle wegräumen. Ja. Danach kannst du ins Bett gehen. Du kannst in dein Bettchen gehen. Und Hanni natürlich auch. Ja. Also in der letzten Folge hatten wir hier ja die Party. War eigentlich ziemlich nice. Aber... Ja. Da zockern wir mir ohne Mütze. Hehehe. So. Ich gehe rüber ins Bett. Du kannst dann mal aufstehen, meine Liebe. Kannst dir auch hoch legen. Was zu... Was rauscht denn hier so? Das nervt ja voll. Aber es ist bestimmt da mehr im Hintergrund. So. Was möchtest du denn machen? Und ich rüber eben die Stühle wieder weg. Was kannst du so sich alle rumstehen? Also irgendwie creepy. Wenn derzeit nicht die Stühle wegräume. Ja. Das Projekt für das Community-Projekt wird starten. Aber ich brauche noch die Namen von euch. Das Projekt für alles ins YouTuber... Ach äh ins Community-Projekt. Das ist gut. Und... Da hab ich nicht gesagt. Ihr sollt PEN-Büß essen. Hm. Da ist dann noch was drin. Hm. Da bei ihm. Da bei ihm. Ja. So. Hehehe. Hehehe. Tschö. 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 Ähm. Ja. Jetzt läuft dieser Flüssiger. Vorhin hat er richtig geruckelt. Es hat nicht ne schöne Aussicht. Und noch gerne mal ein Foto machen. So. Da bin ich noch rechts. So. So. Dann gehst du jetzt auch ins Bett. Was hast du? Was hast du? Freunde. Ach. Jubiläne. Warte. Dann machen wir mal eben so. Kannst du duschen gehen. Hä? Worauf ist denn der Badezimmer jetzt? Ach. Stimmt ja. Das ist ja hierhin. Äh. Das ist ja hierhin. Das ist ja hierhin. Das ist ja hierhin. Äh. Mehr spielen solltest du jetzt natürlich nicht. Danach kannst. Ach. Carsten. Mit Carsten chatten. Ähm. Lote erstmal einen Job. Danach kannst du mit Carsten chatten. Und ja. Bevor ich es vergesse. Ähm. Unten in der Videobeschreibung. Der erste Link. Da findet ihr einen Kanal. Äh. Von einem jungen Mann. Da könnt ihr gerne mal drauf gehen. Auf seinem Kanal. Ähm. Er hat auch vor kurzem angefangen mit Videos. Ich weiß jetzt nicht wie lange jetzt schon her. Da könnt ihr mal gerne drauf gucken. Und ähm. Lass dir doch gerne ein Abo da. Wäre super. Ähm. Na. Gemeinschaft. Schülalo. Was? Schnüffler. Nein. Ähm. Ja. Schaut doch gerne mal bei E-Mail auf. Auf dem Kanal. Wobei. Lass dir doch gerne ein Abo da. Ja. Und. Ja. Ähm. Das würde den jungen Mann sehr freuen. Und mich natürlich auch. Ähm. Nein. Ich möchte nicht in die Wissenschaftskarriere rein. also erster Link unten in der Videobeschreibung. Schaut auf alle Fälle mal bei ihm vorbei. Nein. Also schaut auf alle Fälle unten mal bei dem Jungen vorbei. Macht super Videos. Und. Ja. So. Ähm. Ähm. Ich möchte nicht noch einen anderen Job haben. Eine Skulptur kaufen. Ähm. Geld verdienen. 100. Ja. Ähm. Mir ist aufgefallen. Mir hat so jemand in die Kommentare geschrieben. Also nicht in die Kommentare, sondern privat, dass das Haus super ist. Nur, dass hier zu wenig an Dekoration steht. Deswegen ist auch die Umgebungssatz hier unten ziemlich, auf deutsch gesagt, im Arsch. Oh. Deswegen werde ich hier mal ein paar Bildchen nehmen. So. Ein paar Bilder da. So. So was. Hm. Haben wir denn noch hier? Hier. So was. Passt das da hin? Passt nicht? Oder passt das? Ähm. Hier könnte vielleicht noch. Ja. Boah vom Bärwolf. Ähm. Ja. Aber das reicht. Wir haben eigentlich genug hier zu spielen. Also die haben den Billardtisch. Die haben oben die ganze. Hm. Wo du Chattest? Ich guck mal was die anderen. Wie geht's mir denn? Energie. Oh, ich schläf's doch. Und so entspannt's nicht nur. Daniel, der hat Haarendrang. Wo hat er immer noch? Honeyball. Ja, Honey kann eigentlich nur aufstehen. Und ähm. Boah, ho, 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 ho. Toilette benutzen, dann kannst du noch duschen gehen, und danach kannst du noch... So, dann kannst du da drüben, kannst du noch mal was essen. Ja, so. Mittagessen, kannst du mal Mittag servieren, noch mal Sandwich für alle. So, die beiden Jungs, du hast soweit alles fertig, Spaß, Freude, Hasse. Ich rufe jetzt mal ein, ob die Rechnung schon da ist, also wie es aussieht. Ja, der Junge hat sich angemeldet. Achso, da kannst du die Post holen. Kann man hier an den Bäumen eigentlich was machen? Ne, hier hingehen, Vögel beobachten. Hm, nein. So. Joa. Huch. Kann. Ähm, was du, du? Dir geht soweit ganz gut, ne? Dann kannst du noch aufhören. Schatten, hol die Post lieber. Ähm, Umgebung, weiß was. Danach kannst du arbeiten. An. Was soll denn da gerade? Motor aufheulen lassen? Ne. Arbeite mal an dem Motor. Ich glaub, das kann die Hanni danach auch machen. Joa. Kannst du mit der lieben Zocker-Mimi. Du kannst mal die Karosserie sauber machen. Ich finde, dass mir das Dorf gut gelungen ist hier. Du machst jetzt gerade die Sandwiches, ne? Ja. So wie die beiden Autos hier, äh, wenn die richtig in Schutz sind, kann man damit auch fahren. So hab ich es auf YouTube gesehen. Und ja. Was für ein Meisterkoch. Hanni, weil er hat sich einen Kochpunkt verdient und kann jetzt neue Gerichte zubereiten. Äh. Hast du noch mal? Ähm. Ja. Kannst du was essen? Ähm. Essen. Wie geht's euch denn so um? Ich lass die aber noch mal schlafen, die beiden. Was machst du jetzt? Ach, du möchtest doch, ähm, an dem Auto herumbasteln? Aber in einem Motor. Ja. Dann kannst du das ja noch machen. Bin immer gespannt, ob du es kannst. Hm, das reibt sich. Cool. Ja. Wo bleibt sie denn? Ah, da bist du ja schon. Oh, nicht hängen. Ah. 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 Ja, das machst du auch toll. Und wer ist das? Wer ist das? Jessica Picasso. Aha. Picasso. Witzig. Aha. Was machst du? Du isst. Dann kannst du uns aufbringen. Arbeiten. Aber was rennt er hier an mir so vorbei? Äh. Wer ist das? Ah, scheiße. Schon weg. Dann kommen wir bei dir. Mal ein bisschen weg. Äh. Ähm. Du kannst mal auf den Klo gehen und duschen gehen. Und dann kannst du hier ein Essen. Was mache ich? Ich bin... Ach. Energie ist super. Essen gehe ich trotzdem. Ähm. Ja. Ja. Schneller. Kannst du essen. Dann kannst du viel aufrunden. Zwei mal rein. Oh mein Gott. Das geht. Steuerung ist auch nicht so mein Fall. Ach. Da schrauben die beiden Damen an in den Autos rum. Ich hab davon noch alles genügend. Ja. Das ist ja super. Wieso höre ich eigentlich keine Musik? Geh mal kurz in die Option rein. Ähm. Ja. Umgebung. Ja. Ja. Müsst du doch eigentlich. Ähm. Kaufmodus. Allgemein. Ja. Dann. Da hast du auch. Na egal. Ich bin schon mal in den Vor. Vielleicht geht er dann noch. 15 Minuten haben wir schon. Ähm. was ist los, Mimi, kannst du arbeiten an der Karosserie, arbeite an der Karosserie, dann kannst du arbeiten, vielleicht, äh, auch mal den Motor aufholen, äh, oh du stinkst, siehst du, hm, hab nichts gehört, äh, kannst du das nutzen, ähm, ne, doch, mach mal, ne, äh, doch, dann kannst du gleich für alle machen, Abendessen, Servieren, Moodle mit Käse, Mama Spaghetti, und du, mein lieber Freund, kannst du mal nach oben gehen, kannst du mal für deine Figur tun, du bist zu fett geworden, ja, ich würde ja auch mal etwas nach oben gehen, ne, was hat sie, Hanni, ach, Hanni hat, ist immer noch hier dran, ist doch super, Daniel, was ist mit dir, Löschen, ach, die ist ja super, weißt du, was du an dem Auto rumschrauben, wenn du gerade nichts zu tun hast, deine Kollegin hat gerade Vorarbeit gemacht, nochmal, Romp, was möchtest du machen, Einzelschrottauto von deinem Lebenserfolg, entweder Honeybeutel mit einem, ach, cool, ah, hoch, entschuldigt, oder, weil meine Hand die Ratte geknackt hat, ja, was stört mich denn jetzt hier, ne, stört mich doch keiner, was sie. Ach, da stehen die Zähne. Äh, hallo? Hallo? Jo, okay, äh, du schläfst. Ist ja nicht grad so, als ob's mir gar keinen tut, aber egal. Aber ich würd erst mal, bevor du hier schlafen tust, kannst du Teller nehmen. Ey, stört mir bitte nicht, ne? Das sieht gut aus. Super Heimtrainer. Ach, Hanni geht aufschlagen, bist ja auch müde. Oh! Oh, dass ich nachgeschaut hab. Du hast vermisst immer noch. Bist du da am Wachen? Ach, ich bin da. Oh, das ist Witzen. Du bist immer noch da. Du bist einfach, hm? Da. Hallo, aufwachen. Mhm. Was hast du für'n Problem da draußen? Ähm. weiter zubereiten was mache ich ich mache immer noch sport du kannst du ablassen du hast genug sport gemacht du kannst du duschen benutzen danach kannst du schlafen solltest du nicht schlafen gehen Daniel macht immer noch was zu essen so wie ich es mitbekomme ach ne er isst schon ok da muss einer mal die ganzen Teller wegrollen was ist mit der Rechnung eigentlich hast du die schon gezahlt hä die Rechnung oh wer ist das denn dann räum es doch weg man haben wir keine Lacken im Haus oder was oh räumst du das heute noch weg äh abspülen bevor ich so einen Fliegenschwarm hier mich auffrisst räum mal hier ein bisschen schneller äh 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 Reste weglegen ja ja selber schuld hättest du es ja eigentlich auch schon automatisch räumen können aber wer es nicht macht der Pech so jetzt macht das schnell damit ich folgendes auch gleich beenden kann warum nimmst du nicht gleich zwei Teller ist das Sims Logi muss keiner verstehen genau roll das weg und spül das weg ach das kann er so so Energie da da kannst du schlafen und dann so so die Autos werden auch irgendwann mal fahrtüchtig sein ja meine Lieben ich würde sagen das war es wieder von dieser Folge Sims 4 äh Sims 2 äh YouTuberdorf und wie schon gesagt erster Link unten in der Videobeschreibung schaut doch gerne mal bei ihm vorbei und ja dann würde ich sagen war es das wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin euer Fitnessblood tschau